Die Woche 7 beinhaltet ein leichtes Training, eine Erholungswoche und ich werde nur die Hauptübungen trainieren. Ganz locker, ganz leicht, ohne Nebenübungen und daher ist das Training auch sehr kurz und natürlich ist die Belastung dadurch ja gering. Der Muskel, der Körper kann sich auch mal ordentlich erholen und ich muss auch zugeben, die letzten sechs Wochen waren doch recht straff gewesen, aber erfolgreich und ich will mich aber nicht festfahren, sondern weiterentwickeln. Deswegen ist die Woche 7, die Erholungswoche, auch so eingeplant und auch wichtig, denn der Körper kann nicht unendlich hoch belastet werden. Das müsste eigentlich jedem klar sein. Ja Leute, ich werde heute das Bankdrücken ausführen und da wird auch nicht viel kommen. Wer jetzt wieder eine gewaltige Eisenschlacht von mir hier erwartet im Club, den muss ich leider enttäuschen. Ich gehe rein ins Warm-up und mache mich dann fit für das Bankdrücken. Recht kurz war der Bankdrückplan heute mit 4x4. Warum ist die Erholungswoche wichtig? Das ist eine ganz einfache Sache. Der ganze Organismus, der ganze Körper, nicht nur die Muskeln, das ganze Gewebe muss ich einmal erholen. Es kann nicht fortwährend belastet werden. Ich weiß, das zentrale Nervensystem macht nur bis zu einem bestimmten Punkt mit. Der Phosphatspeicher macht nur mit, wenn er nicht ausgebrannt wird und auch der Glykogenhaushalt in den Muskeln, in den Organen macht auch nur so lange mit, wie er mithalten kann. Und wenn er ausgebrannt ist, ist man ganz einfach übertrainiert. Und Übertraining ist das Schlimmste, was es für einen Athleten gibt. Ich war in meinen ganzen 30 Jahren, die ich Powerlifting gemacht habe, nicht ein einziges Mal übertrainiert. Für viele ein absolutes Unding. Ich war es nicht. Ich habe mich immer an die Grundlagen gehalten. Hat auch funktioniert. Auch wenn die Wettkämpfe innerhalb von 3-4 Wochen wieder da waren, wie Anfang der 90er Jahre. Da ist eben im Januar, im Februar und im März die erste, zweite und dritte Runde im Kraft-3-Kampf der Landesmannschaftsmeisterschaften ausgeführt worden. Und dann hat man wirklich immer nur zwei, drei Wochen dazwischen trainieren können, um bei dem nächsten Wettkampf wieder einigermaßen vernünftige Leistungen zu bringen. Heute sind die Abstände etwas anders, aber damals war das so. Und auch im nachfolgenden Wettkampf, das war meistens die Landesmannschaft einzeln, im Kraft-3-Kampf, da wollte jeder nochmal punkten. Also musste man so trainieren, dass der Körper immer noch genügend Luft hatte. Allerdings war irgendwann auch mal die Fallenstange zu Ende. Und das war dann meistens im Mai. Und dann war dann Bankdrücken als Abschlusswettkampf. Und danach kam die Sommerpause. Und im Sommer wurde dann wieder ordentlich aufgebaut, wenn es dann wieder Ende des Sommers, Anfang Herbst in den nächsten Wettkampf reinging. Heute ist es wieder ein bisschen anders. Das hängt auch daran, weil die Wettkämpfe anders liegen. Damals war es halt so. Und das Training, das System, den Ablauf habe ich auch bis heute so beibehalten. Natürlich gab es auch Unterbrechungen, wie damals mit der ganzen Pandemie-Geschichte 2020, wo alles geschlossen war. Da konnte keiner was dafür. Und dann war halt eine komplette Zwangspause da. Oder wenn man krank war oder bei Verletzungen, die ich hatte, da war ich ja dann auch monatelang weg. Der Körper hat sich allerdings wieder an das Training gewöhnt. Und mit den herkömmlichen Systemen bin ich immer wieder eine gute Schiene gefahren. Und wer mich all die Jahre und Monate verfolgt, der weiß, wie ich an die Sache rangehe und was immer zum Schluss rauskam. Immer ein akzeptables Ergebnis. Das war mein letzter Satz gewesen und mehr kommt heute nicht. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich gehe jetzt in meine Küche, zeige euch noch, was ich heute Abend essen werde. Morgen sehen wir uns zur Kniebeuge und da wird genauso wenig gemacht wie heute. In diesem Sinne, macht's gut, euer Uwe. Heute habe ich mir eine kleine Eiweißbombe gemacht. Nach dem Training immer das Richtige. Meine Vorbereitung fürs Abendessen fing schon gut an. Der kleine Dosenöffner, der hier dran genietet ist an der Thunfischbüchse, der ist abgeflogen. Jetzt versuche ich mit dem Büchsenöffner dieses Ding zu knacken, um an den Thunfisch ranzukommen. Und in der Zwischenzeit werden die Eier gebraten. Die Platte ist schon heiß. Die Pfanne hat schon Öl. Und dann geht's weiter. Ich habe jetzt den Thunfisch reingetan. Hier sind solche Brocken noch. Die werde ich jetzt noch zerdrücken. Und die gehen auch recht leicht zu zermatschen, weil sie jetzt schön heiß werden. Und das wird jetzt alles nochmal 10 Minuten durchgebraten. Und dann kommt's auf den Teller. Dazu werde ich ein paar Scheiben gerösten Landbrot essen. Und darauf schmiere ich mir Frischkäse mit vielen leckeren Kräutern. So Freunde, ich verabschiede mich von euch. Ein schönes Training, einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen zur Kniebeuge. Und wir sehen uns morgen wieder.